Bauzaun, verstehste? Die klettern auf Bäume hin. Ja, aber das ist Videospiellogik. Also wenn du da überall noch so Totenköpfe draufletzt, dann säge ich da voll mit. Ja, noch lacht ihr, aber wenngleich das uns hilft. Guck mal, man kann Double-Zäune machen. Oh, ich hol jetzt Stöcke. Ihr könnt lachen so viel ihr wollt, das wird richtig super. Ja, macht das ruhig. Das ist quasi das Fundament für die wirkliche Mauer. Eine Wäscheleine. Nee, alter, guck mal, ich kann hier auch nicht durchlaufen. Na gut, springen. Aber wer weiß, ob die springen. Guck, hier, Zombie kommt. Oh, what the fuck. Zombie ist einfach drüber gelaufen, als ob es nichts wäre. Zombie ist einfach drüber gelaufen. Das ist nicht mal gesprungen, der ist drüber gelaufen.